Was gefällt bei XAPIDO, dass wir so ein einfaches Arbeitsumfeld haben, dass wir es alle gut miteinander haben und auch easy zusammenarbeiten können, ohne dass eine grosse Hierarchie entsteht oder dass irgendjemand das Gefühl hat, er muss sagen, was jetzt läuft. Wir machen allgemein mega coole Sachen im Team und auch ausserhalb vom Geschäft und es macht einfach mega Spass mit den Leuten zusammenarbeiten. Besonders beeindruckend bei XAPIDO finde ich, mit welcher Effizienz Kundenanforderungen umgesetzt werden. XAPIDO ist für mich mehr als nur eine Softwareentwicklungsfirma. Es ist ein Ort, wo Innovation und Teamwork Hand in Hand gehen.